Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation, ich bin's, der Bio begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu einer neuen Ausgabe der ÖPNV News. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben den Train Simulator, wir haben Onsie, wir haben den Flight Simulator, das alles und mehr jetzt natürlich hier wieder mal in den News. Wir beginnen mit dem Boot Simulator für natürlich der Playstation 4 und der Xbox One, denn in der vergangenen Woche ist das DLC der MAN Boost Pack 1 DLC erschienen. Das Ganze kostet 5,99 Euro. Mit dabei haben wir den A21, den A47 und den A23 als Gelenkbus. Es ist mit zu dem DLC auch das neueste Update veröffentlicht worden für der Playstation 4, der Xbox One und dem PC. Also solltet ihr PC-Besitzer sein, dann sollte eventuell auch ein neues Patch installiert worden sein. Das Ganze findet ihr natürlich in den jeweiligen Stores. Wenn ihr das Ganze euch mal anschauen möchtet, wie das Ganze aussieht, dann könnt ihr gerne mal bei uns in der Playlist vorbeischauen, denn dort haben wir uns die Busse bereits schon angeschaut. Gehen wir zum Train Simulator über, denn da gab es auch ein neues DLC, welches jetzt veröffentlicht wurde und zwar von Just Trains. Das Valley Corridor für den Train Simulator ist eine fiktive Bergstrecke, die zwischen zwei großen Städten verläuft, welche sich beide auf Plateaus befinden. Die Strecke wird für Regional- und Expresszüge sowie für Güterzüge verwendet. Unterhalb der Strecke befinden sich zahlreiche Seen, wodurch eine Fahrt sehr malerisch und spektakulär ist. Die maximale Streckengeschwindigkeit beträgt 125 Meilen, die zum südlichen Ende hin gefahren werden kann. Im zentralen Abschnitt dieser Oberleitungsstrecke befinden sich ein spektakulärer Abschnitt in S-Form, wo sich die Strecke zum Zweigipfel schlängelt. Die nördlichen und südlichen Enden sind von Stadtlandschaften geprägt, sodass sich die Reise sehr abwechslungsreich gestaltet. Die Valley Corridor-Strecke beinhaltet 16 Bahnhöfe, die meisten mit Güterbahnhöfen und zahlreiche eigens erstellten Ressourcen. Es enthält insgesamt 10 Standard-Szenarien und das Ganze kostet 24,95 Euro und ist ab jetzt verfügbar. Es gibt mal wieder neue Bilder vom S25-Enden für den Train-Simulator 2020. Leider gab es diesmal wenig zu lesen, sondern eher zum Schauen. Wir können auf jeden Fall gespannt bleiben, ob dieses Jahr dieses Add-In noch erscheint, denn dort ist aktuell noch nichts bekannt. Aber die Bilder sehen auf jeden Fall wieder sehr vielversprechend aus. Ich freue mich sehr auf das Add-On. Mal gucken, wann es denn soweit ist, erfahrt ihr natürlich dann hier bei uns in den News. Kommen wir zum Trains im World, denn auch hier wurde ein neuer DLC angekündigt. Und zwar handelt es sich hierbei um den ersten DLC im Jahre 2020. Es wird die amerikanische Diesel-Lokomotive von Car Train sein. Vor etwa einem halben Jahr erschien mit Penisula-Korridorstrecke der erste Zusatzinhalt von dem kalifornischen Eisenbahnverkehrsunternehmen Car Train. Mit der MP36PH-3C-Lokomotive und den dazugehörigen Bombardier B-Level-Wagen lassen sich nun die Baby-Bullet-Express-Züge mit dem richtigen Rollenmaterial bedienen. Denn enthalten sind neben der Lokomotive, den Wagen und dem Steuerwagen noch drei Szenarien, zwei Tutorials und Fahrplanmodusfahrten. Der DRC erscheint am 13. Februar 2020 für Trains im World. Dann gibt es noch was von, ja, dem Train Simulator nochmal. Und hier haben wir das Add-on von Just Trains London Underground 28, welches jetzt erschienen ist. Ne, S8, Entschuldigung, S8 von Just Trains. Gegen Ende der 2000er Jahre waren für die Londoner U-Bahn noch verschiedene Arten unterirdischer Züge in Betrieb. Und einige Einheiten stammen sogar aus den 60er Jahren. Die waren in vielerlei Hinsicht veraltet und ihre unterschiedlichen Bauweisen hatten uneinheitliche Dienstleistungen und teure Wartung zufolge. Das Ganze ist jetzt auf Steam erhältlich. Ja, falls ihr nicht auf Just Dance gekauft habt, könnt ihr das Ganze euch jetzt auch über Steam kaufen. Kostet 27,95 Euro. Allerdings wird noch die Strecke London Marylebone benötigt, die nochmals 29,99 Euro kostet, damit ihr diesen DRC benutzen könnt. Also sind wir hier in einem Preissegment von knapp 60 Euro. Wem das hier zusagt, der kann gerne mal zuschlagen und uns mal gerne mal ein Feedback da lassen. Aber der Preis ist schon eigentlich dafür schon extrem Wahnsinn. Es ist ein Update erschienen für OMSI 2 München. Auch hier gab es mal wieder was. Neues Update für OMSI 2 München ist erschienen mit dem neuen Linie 154. Diese Wartung Release leider noch ohne Umlaufplan. Am Montag, jetzt kommenden Montag, erscheint noch einmal ein Update mit verbessertem Umlauf von 154. Vorläufig könnt ihr das aber auch schon auf der Facebook-Seite runterladen. Ich packe euch den Facebook-Link natürlich unten in der Videobeschreibung, kommt ihr direkt drauf. Und dann könnt ihr euch jetzt schon das Update dementsprechend runterladen. Ab Montag soll es dann regulär auf Steam komplett verfügbar sein. Es ist auch mal wieder Zeit für Harley-Con. Auch diese bereiten nun hier mit ihren KI-Luxusautos mal wieder ein bisschen Bildmaterial dazu. Und zwar handelt es sich hier völlig um die Luxusautos. Nun kommen diese edlen Karossen auch in den Omnibus-Emulator OMSI 2. Vermutlich würden die Macher der populären Auto-TV-Show The Grand Tour bei der Auswahl große Augen machen. Denn etliche der Traumautos wurden in der Sendung schon vorgestellt und getestet. Etwas Luxus darf es nun auch in OMSI 2 sein. Denn mit dem Donutpack Volume 9 KI-Luxusauto kommen außergewöhnliche Autos in den KI-Verkehr. Sie geben dem KI-Verkehr noch mehr Charme, Authentizität und das gewisse Etwas. Alle Modelle sind optimiert in Hinsicht auf das Polygonanzahl, um so performant wie möglich zu funktionieren. Und sie verfügen über eigene, teils satte Sounds. Wie immer stehen die Fahrzeuge in verschiedenen Farben zur Verfügung. Für eine extravagante Auswahl im KI-Verkehr ist mit diesem Paket gesorgt. Also wir haben hier unter anderem einen S4 Martin DB11, einen Audi S7 Sportback, Lamborghini Aventure, Lamborghini Urus. Wir haben einen Mercedes-Benz CLS, G-Klasse, GLC Coupé, S-Klasse und S-Coupé. Porsche 911, Porsche Macan, Porsche Panamera. Wir haben einen Range Rover Evoque und einen Tesla Model 3. Das alles ist natürlich hier in dem Paket enthalten. Denn wir gehen mal von einem Preis aus für um die 9,95 Euro. Das Ganze sollte ursprünglich auf der Seite von HarleyCon, was vermerkt am 30.01.2020 erscheinen, ist aber bis heute noch nicht auf Steam verfügbar. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, wann es denn erscheint. Und was es natürlich kostet, erfahrt ihr dann natürlich hier in den News. OMSI 2 Dresden 2.0 wurde angekündigt. Und zwar gibt es mal wieder neue Bilder mit dem Titel OMSI Dresden V2. Es gibt immer wieder Neues von OMSI 2 Map Dresden dieses Jahr. Wollen Honigwaffel und Team die zweite Version rausbringen, um genauer zu werden im dritten Quartal 2020. Es gibt aber noch einen kleinen Vermerk, dass das eventuell auch vorgezogen werden könnte. Und zwar sehen wir das Ganze auf dem letzten Bild. Da steht Q3 2020 kann vorgezogen werden. Also da könnte vielleicht noch ein bisschen was kommen. Dresden ist eine sehr, sehr schöne Freewarekarte. Kann man sich auf jeden Fall jetzt schon mal angucken. Eine frühere Version. Absolut empfehlenswert. Wir freuen uns natürlich auf Dresden V2. Wenn es dann wieder was Neues gibt, erfahrt ihr das natürlich hier bei uns. Selbstverständlich. Gleich als erstes. Dann gibt es ein weiteres Projekt, welches für OMSI angekündigt wurde. Und zwar handelt es sich um die Karte Braunschweig für OMSI 2. Endlich geht es los, schreibt derjenige. So gut wie möglich werde ich nun bauen, bauen, bauen. Hier der Start Braunschweig Hauptbahnhof. Ich denke, wenn man den Ring baut 419, 429 hat man die besten Voraussetzungen für alle anderen Linien. Gerade Innenstadtbereich. Aber ich denke auch, dass der Bereich HBF, WF Straße nach Wolfsbüttel 420 oder den Bereich Bebelhof Heidelberg oder Heidberg 431 wären möglich. Also hier ist man noch in einem relativ weiten Stadium angekommen. Der Busbahnhof macht auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Eindruck. Wenn es hier natürlich neue Informationen gibt, erfahrt ihr das selbstverständlich hier. Aber es gibt endlich mal Braunschweig als Karte für OMSI 2. Es werden mal wieder Ansagenfahrer gesucht. Und Nebü LP schreibt es hier, präsentiert. Hallihallo an alle. Ich suche momentan an einen Ansagen-Sprecher für mein Szenario, Valkovic's Seebergbahn mit Problemen heißt. Da ich nicht will, dass ich die ganze Zeit was für euch mache, habe ich mir überlegt, dass ihr mir was für die anderen machen könnt. Und das ist halt Ansagen-Sprecher zu werden. Weiteres gibt es auf dieser Website. Die verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch direkt mal melden. Und könnt für ein Train-Simulator 2020-Szenario hier mal mitwirken als Ansagen-Sprecher. Wäre auf jeden Fall mal eine coole Sache. Falls ihr eure Stimme mal irgendwo hören möchtet, dann bewerbt euch da einfach. Schreibt einen kleinen Text. Dann werdet ihr bestimmt dann schon die Haltestellen-Ansagen bekommen, die ihr dann dementsprechend wieder einsprechen müsst. Schickt das Ganze zurück und dann wird das Ganze halt dementsprechend eingebaut. Wir freuen uns natürlich. Vielleicht hören wir eure Stimme nächstes Mal, wenn wir uns diese Strecke mal anschauen werden. Oder diese Aufgabe, ja. Dann gibt es auch mal wieder was Neues von dem Flight Simulator. Ne, X-Plane ist das Ganze. Und zwar das Sam World Jetways hat ein neues Update bekommen. Und zwar wurde hier einiges, ja, einige kleinere Sachen verbessert. Aufgepasst, es gab ein neues Update für Sam World Jetways. Besonders könnt ihr euch auf die neuen automatischen Verbindungen der Jetways an statischen Flugzeugen freuen. Warum, schaut ihr nicht mal rein. In der Changebox gibt es hier noch weitere World Jetway-Objekte an neuen WED-Vorschau angepasst. Automatische Jetway-Verbindung zu statischen Flugzeugen hinzugefügt. Optionale Aktivierungsmodus, falls kein Internet-Controller verfügbar ist, hinzugefügt. Und ein Hyperlink zum Support bei Fehleraktivierung wurde hinzugefügt. Wenn ihr weitere Neuigkeiten hören wollt, dann packe ich euch das unten in der Facebook-Beschreibung, also in der YouTube-Beschreibung mit rein. Da kommt ihr direkt auf die Facebook-Post. Ja, und zu guter Letzt haben wir noch was mit dem Flight Simulator. Denn auch hier gab es natürlich mal wieder ein neues Video. Und wieder mal, muss man sagen, es sieht wieder mal spektakulär aus. Also, ich weiß nicht, ich habe da schon, wir haben da so ein bisschen schon drüber gesprochen gehabt. Der Flight Simulator sieht wirklich, wirklich gut aus. Neues Video vom Flight Simulator ist erschienen. Diesmal geht es um das Thema Aerodynamik. Das ist ein spannendes Thema, weil man in diesem Video sieht, was Auswirkungen, was für Auswirkungen das alles hat. Regen und Eis sehen fantastisch aus. Sogar der Regenbogen sieht gut aus. Auch die ganzen Strömungen, die das Flugzeug treffen und auf der Erde wandeln. All das könnt ihr mal euch in dem Video komplett anschauen. Den Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Das Video geht so rund um fünf Minuten und zeigt natürlich wieder eindrucksvoll, wie schön eine Simulation aussehen kann. Hier sehen wir zum Beispiel, wie das Ganze, wie der Windkanal so durch die Berge so geht. Also muss man schon wirklich sagen, wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut euch das Video gerne mal an. Und sonst, ja, sind wir auch schon am Ende unserer News angekommen. So schnell kann das manchmal gehen. Wir haben noch einen kleinen Vermerk hier, den wir hier gerne nochmal anposten möchten. Und zwar sind wir jetzt zukünftig auch auf Facebook verfügbar. Also falls ihr Facebook habt und ihr möchtet uns folgen, dort findet ihr natürlich jedes Mal die neuesten Einträge. Falls Videos erscheinen, neue Infos, neue News, findet ihr also jetzt zukünftig auch auf Facebook, neben natürlich auch weiter Instagram. Und ja, damit sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Mittlerweile füllt sich doch unsere News. Das ist eine schöne Sache, freue ich mich sehr drüber. Und also, falls ihr ein Projekt habt, was ihr zum Beispiel vorstellen möchtet oder sowas, dann könnt ihr uns gerne erreichen über E-Mail, schreibt uns über Discord. Und dann würden wir uns natürlich freuen, dass wir hier euer Projekt dementsprechend ankündigen dürfen. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich natürlich, dass ihr dabei wart und hoffe natürlich, dass wir uns zu der nächsten News am nächsten Sonntag dann wiedersehen und dann hoffentlich wieder zur gewohnten Zeit. Ich bedanke mich, sage Tschüss und bis denn. Ich bedanke mich, sage Tschüss und bis denn.